Wenn ich die Schulden zu verantworten habe, dann halte ich einmal im Mund. Na was ist los? Schulden soll ich zu verteidigen oder was? Nein, das geht ja noch weiter. Kann man schon gern zelebrieren. Das lasse ich mir nicht bitten, dass ich die Schuld bin und da sitzen die Verantwortlichen. Nur, dass man es gleich auskommt. Das könnt ihr woanders machen.